So, ist an. Alter, die werden keinen Meter vorankommen morgen. Egal, mit was die jetzt versuchen reinzulaufen. So, los geht's. So, ich werde es mal von dir zuhören. Video läuft. Ja, ist Rippstern da? Ja, ja, ich bin da. Ich bin nur kritisch, also ich war kritisch. Darf mich da an, wenn ich die werfen komme. Ich meine, wenn die mit 40 T-Rex entkommen wären, mit allen gleichzeitig reingegangen wären, dann wäre es vielleicht schwierig geworden. Aber jetzt mittlerweile... Gar nicht mit so viel nur einmal rein. Ja, ist die Frage, wie viel sie wegsprengen. Ja, trotzdem würde es hier nicht mit 40 reinkommen. Weiter, 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 weiter. Wie mit dem Panzerfahren, welche sind's nicht? Nein, war ein... Stopp, 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 stopp. Ey. Du gehst... Das ist gut, los. Und tschüss. Du musst jetzt nach vorne fliegen, ja. Hahaha. 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 Oh, die Schildgröde ist fast tot. Jetzt bin ich auf dem Boden aufgeklatscht. Jetzt ist sie so gut wie tot. Hat noch 700 Leben. 700 Leben.